Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft Verstehen, einfach und klar erklärt. Wir sind jetzt hier beim Immobilien-Immopreneur-Kongress von Thomas Gnedl in Darmstadt 2019. Und bei mir ist der Freaky Finance, der Vincent Willkomm, Finanzblogger. Wir hatten auch schon mal ein Interview. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Ja, wo ist denn? Hallo. Und ich stelle Ihnen nochmal ganz kurz vor, er ist sehr aktiv im Bereich Aktien, P2P-Kredite, hat auch Immobilien, hat auch einen Gastbeitrag in meinem Immobilienbuch schon geschrieben, das Immobilieninvestoren-Netzwerk. Richtig, ja. Genau, da hat er auch ein Kapitel geschrieben. Und ja, jetzt haben wir uns hier nochmal wieder zusammengefunden und möchten diesmal nicht über das Thema Immobilien sprechen, sondern über P2P-Kredite. Das ist ja auch für viele interessant. Das ist gerade sehr im Aufwind. Und da bekommt man ja auch Renditen von 10, 11 Prozent im Jahr durchaus relativ entspannt. Ich habe jetzt auch mein neues Buch, Vermögensaufbau für Durchstarter. Und da habe ich auch ein Kapitel über P2P-Kredite drin. Und ich schreibe da generell erstmal darüber, was das ist und dann meine Meinung dazu. Und wir haben hier den Experten bei uns, nämlich hier, zeig es mal, das 1x1 der P2P-Kredite. Das ist, zeig es mal quer, das ist ein recht umfangreiches Buch. Ja, so sieht man es. Ja, da ist einiges an Content drin. Und jetzt wollen wir das dann doch nochmal thematisieren, ja, weil ich sage immer, wo es 10 Prozent sicher gibt, vermeintlich sicher, hat schon Dieter Bohlen gesagt, da muss man aufpassen. Und ich habe hier, wie gesagt, meine eher auch, also ich bin nicht komplett ablehnend. Ich habe bislang gute Erfahrungen damit gemacht, mit P2P-Krediten, muss ich sagen. Aber ich sehe es perspektivisch auch eher kritisch. Und das habe ich hier auch thematisiert. Und jetzt wollen wir das mal thematisieren. Genau, ja, ganz kurz noch zu dem Buch. Das sind halt so 320 Seiten. Habe ich zusammen mit einem Bloggerkollegen Sebastian Wörner geschrieben. Von Hobbyinvestor heißt sein Blog. Ja, genau, da gehen wir auch das Thema von Grund auf an. Wir haben einen klaren roten Faden vom Einstieg bis hin zu Einsteiger und anderen Beispielportfolios. Wir legen auch unsere Investierweise dar, wie wir selbst aufgestellt sind in dem Bereich und so weiter. Ja, können wir gerne mal über das Thema sprechen. Erzähl doch vielleicht mal kurz, was deine Kritikpunkte an dem Thema P2P sind. Also vorweg, wir haben auch hier in dem Buch viele Risiken klar benannt. Also das ist jetzt kein Werbepamphlet für die Investitionsmöglichkeit P2P-Kredite. Das mal vorweg. Aber mich interessiert schon genau das, was jetzt du da in deinem Buch zu dem Thema geschrieben hast, wo du die Risiken siehst. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich habe es auch gelesen, noch nicht komplett, aber zum Teil. Und ich finde es sehr schön, dass ihr auch praktische Beispiele eben drin habt. Und ihr durchleuchtet das ja auch wirklich kritisch. Und das finde ich auch immer gut, dass man nicht ein reines Buch hat, was dann irgendwie nur die Vorteile darstellt, einseitig. Das war uns auch sehr wichtig, ja. Genau. Oder vielleicht, das steht auch bei dir im Buch, die sind dann vielleicht einfach, die wollen den Weg nicht gehen. Das ist dann unkompliziert. Aber sei es mal so dahingestellt. Ich sage mal, Leute, die nicht die beste Bonität haben, werden wahrscheinlich sich ihr Geld über P2P-Kredite beschaffen. Das sind ja auch Kleinstbeträge teilweise eben aus 100 Euro, 200 Euro und so. Und ich sehe erstmal darin ein Risiko, also ein ganzes Konstrukt. Und dass es die Gefahr bestehen könnte, dass das ganze System nicht mehr funktionieren könnte, wenn doch immer nicht mehr genug Geld nachkommt von neuen Investoren, die da wieder neues Geld einbringen. Also im Moment ist es natürlich wirklich gefragt, weil die Zinsen sind ja auch sehr, sehr niedrig. Und ich denke, die Zuflüsse, was ich auch gesehen habe, sind ja enorm. Also was man jetzt für Renten machen kann mit dem... Ja, und dass immer Leute weiter Geld investieren in diese Plattformen, also Geld auch verleihen. Ja, genau. Man investiert ja im Grunde genommen nicht in die Plattformen, sondern man gibt ja jemanden, der einen Kredit braucht, gibt man dann Kredit über gewisse Plattformen, die da als Marktplatz agieren. Und da stehen teilweise Kreditanbahner hinter. Das sind quasi die Banken, aber es sind eben nicht Banken-Kreditgeber. Und die stehen dazwischen, die finanzieren die Kredite teilweise vor und sammeln sich das Geld von uns Investoren dann im Nachgang wieder ein. Ja, wie siehst du denn meine Hauptbedenken, dass ich sage, okay, wenn nicht mehr genug frisches Geld nachkommt von Leuten, die da Geld leihen wollen, verleihen wollen, dass es dann vielleicht riskant werden könnte. Und wenn dann noch vielleicht die Arbeitslosigkeit wieder in eine Rezession abrutschen, dass wir dann doch noch mehr... Das ist eben diese vermeintliche Rückkaufgarantie auch von vielen Kreditanbahnern nicht mehr gewährleistet sein könnte. Genau, das eine Thema oder es sind verschiedene Punkte, die du ansprichst. Das eine mit dem Geld nachkommen in den Kreislaufs, das habe ich nicht ganz verstanden, weil wenn halt, wenn keine Investoren mehr bereit sind, Geld nachzugeben, dann kriegt der, der es haben will, das Geld, der kriegt halt einfach keins mehr. Das bringt, glaube ich, das System an sich nicht in Bedrängnis. Aber es ist das eine, was du noch sagtest, dass viele Leute, die woanders keinen Kredit bekommen, also schlechte Bonität haben, dass die sich jetzt hier über solche Marktplätze Kredite besorgen. Das ist definitiv wahrscheinlich so. Es ist aber auch so, weil du sagst, die Leute nehmen ja wirklich Kleinstkredite. Und versuch mal einen 100-Euro-Kredit als Privatperson irgendwie. Das macht ja keine Bank, macht sich die Arbeit, um dir jetzt 100 Euro zu leihen. Und dann bist du ganz schnell im Bereich Dispo-Kredit. Den nimmst du dann eher in Anspruch. Da hast du vielleicht ein 1.000-Euro-Limit. Und wie hoch ist dein Dispo-Zins? 15, 16 Prozent. Da bist du halt auch schnell im zweistelligen Bereich. Und das ist dann das, wo man es eher mit vergleichen kann. Dann geht es oft so den Selbstständigen so, dass die eben über die Banken schlecht Kredite bekommen, wenn sie noch nicht eine ausreichende Historie in ihrem Geschäftsmodell haben oder sowas. Die gehen dann halt eben auch über P2P. Und es ist teilweise wirklich unkompliziert und du kriegst eine Instant-Zusage oder Absage. Also du stellst dort bei diesen Plattformen einen Antrag nach diesem Kredit und wirst angenommen oder abgelehnt innerhalb kürzester Zeit. Und du hast ja auch schon Immobilien finanziert, kann man jetzt vielleicht nicht vergleichen. Aber was da alles heutzutage hinterhängt, wie nackig man sich machen muss, um einen Kredit zu bekommen von der Bank. Im Zweifelsfall steckst du ein paar Wochen Arbeit rein, bereitest die Unterlagen auf und kriegst trotzdem eine Absage. Sowas wollen viele Leute umgehen und finanzieren sich ganz schnell über so eine Plattform, sind dann aber auch bereit, höhere Zinsen dafür natürlich zu bezahlen. Ja, was ich auch meinte mit dem, das ganze System wird ja nur am Laufen gehalten, indem frisches Geld nachkommt. Wenn jetzt dann doch tatsächlich die Ausfälle steigen sollten und viele ihr Geld abziehen oder nicht neue Leute investieren. Wenn es Ausfälle gibt, ja. Genau, dann könnte ich mir ja vorstellen, dadurch, dass da nicht frisches Geld nachkommt, wird das System halt Schwierigkeiten bekommen. Also das System der Rückkaufgarantie, sprichst du? Zum Beispiel, ja. Und auch das Vertrauen generell in P2P. Das ist natürlich eine Gefahr. Rückkaufgarantie schreiben wir auch in dem Buch an vielen Stellen, dass wir das Wort ganz schlimm finden, weil es eben keine Garantie ist, wie sich jetzt auch schon in einem Fall in der Vergangenheit gezeigt hat. Wenn der Kreditanbahner insolvent ist, dann kann er dir auch das Versprechen nicht mehr einlösen, dieser Rückkaufgarantie, da steht nämlich dahinter, dass du als Anleger dein Kapital plus sogar der Zinsen, die bis dahin aufgelaufen sind, vom Anbahner zurück erhalten sollst. Also, dass du quasi keine Verluste erleiden kannst. Aber sobald dieser Anbahner selbst gar kein Geld mehr hat und nicht mehr zahlungsfähig ist, kann er dir auch diese Garantie, die er vorher vergeben hat, angeblich gar nicht mehr einhalten. Und so ist es mit einem Kreditanbahner gelaufen über die Plattform Mintos. Eurocent heißt der Anbahner. Das Verfahren ist noch nicht ganz durch, aber wir gehen davon aus, dass dort die Anleger quasi eben auf ihren Sachen, die sie dort reingeschossen haben, sitzen bleiben, dass man da nichts mehr zurückbekommt. Und das ist dann eben so ein Beispiel für einen Anbahnerausfall, Insolvenz. Und dann nützt auch diese vorher ausgesprochene Rückkaufgarantie nichts mehr. Eine Sache ist noch interessant. In China war es, glaube ich, ist doch ganz viel bei P2P in die Hose gegangen. Genau, habe ich auch gehört. Aber auf dem chinesischen Markt kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Also wir haben uns unserem Buch auch komplett auf die osteuropäischen Plattformen beschränkt. Also gar nicht auch die deutschen Anbieter, die es auch gibt. Da habe ich, ich habe vor über zehn Jahren angefangen, P2P-Bereich, auch mit den deutschen Anbietern. War dann aber gar nicht so zufrieden mit dem und habe mich auch, also was meine Investments angeht, komplett auf die baltischen Anbieter konzentriert, mit denen ich sehr zufrieden bin. Und somit haben wir das Buch auch komplett nur über diese Anbahner-Kreditplattformen geschrieben, über die wir da investiert haben und die wir gut finden. Nicht über die deutschen und nicht über den chinesischen Markt, auch nicht über die britischen Anbieter oder USA, wo es ja sogar noch früher kam. Aber die haben wir komplett rausgelassen, weil wir es auch gar nicht auskennen. Ich habe auch von den, ja von der Pleitewellen der P2P-Plattform in China gehört, weiß aber ehrlich gesagt gar nicht genau, was dahinter steckte. Das kann aber auch, glaube ich, staatlich Regulierung, die dann gegriffen hat, hat dann da viel kaputt gemacht. Aber da kann ich nichts Genaues zu sagen. Joa, okay. Also es gab ja auch schon Videos, wo Leute dann tatsächlich mal hingefahren sind zu Mintos zum Beispiel, nochmal zu gucken, so nach dem Motto, gibt es das auch und wie ist das da alles seriös? Habe ich auch schon einiges gesehen, ne? Genau, wir waren auch da, also Christian und ich, wir waren in Riga, jetzt im Juni, da gab es noch eine große P2P-Conference und ja, die gibt es alle wirklich. Wir haben uns die Büroräume von Goodpeer zum Beispiel angeschaut und von Mintos, von dem größten Anbieter dort vor Ort, haben eine Büroführung gekriegt, alles ganz nette Mitarbeiter dort, die uns vieles erklärt haben, viele Fragen beantwortet haben. Und ja, also die Plattform gibt es wirklich, sind keine Briefkasten-Filmen und ja, war ein tolles Event. Also es ging ein ganzes, langes Wochenende dort in Riga, wo viele Investoren, Plattformen und so weiter zusammengekommen sind. Aber man muss ja schon sagen, es gibt jetzt keine deutsche Einlagensicherungsfonds oder so in dem Sinne, ne? Also angenommen, es wird jetzt wirklich da pleite gehen, das Ganze, dann hatte man jetzt keinen Auffangtopf, aus dem man sein Geld zurückkriegen würde, ne? Also das muss man sich schon bewusst sein. Also das muss man sich bewusst sein. Es gibt keine Einlagensicherung oder ähnliches für diese P2P-Kredite. Das ist und bleibt ein Hochrisiko-Investment, was aber meiner Meinung nach auch recht offensichtlich sein sollte, wo man zweistellige Renditen kassieren kann, steckt immer ein gewisses Risiko hinter. Das Ganze läuft jetzt seit Jahren total toll. Davon sollte man sich nicht zu sehr blenden lassen. Man soll das weiterhin kritisch für sich hinterfragen, so wie du es ja auch korrekterweise machst. Nicht zu gierig werden, nicht zu viel Kapital reinschießen, nicht zu einseitig investieren. Nur in P2P-Kredite schreiben wir auch mehrfach. Um und bei 10, maximal 15 Prozent seiner Investments sollte man in diese Anlage stecken. Und das ist schon viel. Also wer da weniger macht, ist damit gut beraten. Aber es gibt auch Leute, die sind da sehr exzessiv unterwegs, was das angeht. Und noch läuft das, aber das kann auch mal unter Umständen dann irgendwann kippen, das Ganze und böse nach hinten losgehen. Von daher sagen wir halt eben so diese 10 Prozent von seinen gesamten Investments maximal in P2P. Und das finde ich genau interessant, dass du das sagst, weil das ist im Prinzip auch mein Resümee mehr oder weniger in dem Buch. Ich verteufel das nicht, ich weise nur auf die Risiken hin. Als interessante Beimischung finde ich es auch gut, man soll es beobachten. Aber ich finde auch interessant, dass du sagst 10 bis 15 Prozent, weil man weiß es ja selber von sich. Wenn man das vielleicht zwei Jahre, drei Jahre macht und es läuft gut, dann tendiert man doch schnell dazu, dass man sagt, ich stecke jetzt da 80, 90 Prozent vielleicht rein. Alle meine Ersparnisse, ich kriege ja sonst nichts. Und dann sogar du, wo du so ein umfangreiches Buch geschrieben hast, sagst, nee, lieber nicht. Wie gesagt, uns ist es ganz wichtig, das ist keine Werbeveranstaltung für das P2P-Investment an sich. Wir betrachten das weiterhin auch kritisch, sind trotzdem begeistert auch natürlich ein Stück weit von der Anlageform, weil es eben auch so gut läuft. Aber genau was du sagst, man darf sich davon nicht blenden lassen, wenn man jetzt ein paar Monate dabei ist als Einsteiger und denkt, Mensch, da kommen ja jeden Monat easy die Zinsen rein, zweistellig, locker. Warum mache ich überhaupt mir den Stress, was ich, mit Immobilien und habe Stress mit Vermietern, äh, mit Mietern etc. Mache ich doch alles in P2P. Und da steckt, glaube ich, die Gefahr. Und da müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht so einseitig unterwegs seid, was die Investments angeht. Also das schreiben wir aber wirklich mehrfach, dass die Rückkaufgarantie keine Garantie ist, dass wir maximal 10 bis allerhöchstens 15% dort empfehlen zu investieren. Aber allgemein ist, glaube ich, Diversifikation zumindest ein bisschen mein Steckenpferd. Also ich bin da ja sehr breit aufgestellt, was das alles angeht. Also von Edelmetallen, Aktien, ETFs, Immobilien, Kryptowährungen, P2P, Crowdinvesting etc. Also das kann ja auch jeder machen, wie er will. Das kommt natürlich auch ein Stück weit darauf an, welche finanziellen Möglichkeiten man hat und wie man sein Vermögen dort aufstellen will. Aber ich kann auf jeden Fall davon abraten, da jetzt wirklich 80 oder 90%, wie du gerade sagst, reinzustecken. Der Mensch tendiert halt dann immer schnell dazu, wenn es dann ein paar Jahre gut läuft. Das kennt jeder von sich. Genau, das fühlt sich dann so locker einfach an. Ja, das ist wirklich ja teilweise automatisiert durch die Autoinvestoren, die man dort hat. Das heißt, man überweist im Prinzip einmal das Geld dorthin und stellt bestimmte Parameter ein, wie automatisch investiert werden soll von der Plattform aus. Und dann hat man eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und das Ganze macht das wirklich so ein bisschen trügerisch einfach. Man bekommt zweistellige Renditen, hat fast keinen Aufwand, außer ab und zu mal Geld nachzuschießen, wenn man das Investment erhöhen will. Und den Rest macht der Autoinvestor sozusagen. Und da liegt so ein bisschen die Gefahr, das hast du gut beobachtet und das kann man durchaus kritisch ansprechen, dass man da zumindest nicht durchdreht und denkt, aber jetzt alles in B2B. Genau, absolut richtig. Ja, cool. Dann fand ich das doch sehr interessant. Vielleicht, wenn es dir ein bisschen was gebracht hat und du dich mit dem Thema B2B beschäftigst, gib gerne einen Daumen hoch, ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren neben dem Abo. Sonst wird man nicht benachrichtigt. Und die Bücher verlinke ich natürlich auch unterm Video. Also das ist wirklich interessant und auch preisgünstig bei Amazon. Genau, das kostet unter 13 Euro und ist wirklich, wie gesagt, umfangreich. Da steckt unsere langjährige Erfahrung, was den Bereich B2B-Investments angeht, drin. Ja, ansonsten vielleicht, um erstmal einen ersten Eindruck zu bekommen, unsere Blogs anschauen. Also www.freakyfinance.net und hobbyinvestor.de. Vernetze ich alles hier drunter, ne? Das sind die Autoren dieses Buchs und da könnt ihr erstmal gucken, wie euch der Schreibstil oder der Content gefällt. Und ansonsten gerne tiefer einsteigen mit dem Kauf eines Buches. Gibt es auch als E-Book. Ja, ich kann auch den Blog von Freaky Finance, Vincent Willkom, empfehlen. Der ist wirklich sehr bodenständig. Das finde ich sehr gut an ihm. Ist kein abgehobener, ganz authentischer, ehrlicher, bodenständiger Typ. Und das schätze ich immer sehr und das ist auch in deinem Blog zu spüren. Das freut mich, ja. Also ich schreibe tatsächlich auch über Sachen, die schief gehen und so weiter. Das finde ich auch gut, ja. Das verstecke ich nicht oder so. Genau. Also authentisch und ehrlich wird da berichtet. Ja, super. Über die eigenen Erfahrungen. Genau. Ich verlinke auch nochmal unser erstes Video, da hast du über einen großen Verlust berichtet. Genau, zum Beispiel, ja. Das war auch sehr interessant. Und dann auch in die Öffentlichkeit und berichte von 200.000 Euro Verlust. 200.000 Euro Verlust, das verlinke ich auch nochmal hier drunter. Könnt ihr auch nochmal reingucken und ihn euch ein bisschen näher zu Gemüte führen. Das war sehr interessant, ja. Lehrreich. Also, dann besten Dank. Danke dir, Steffen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.